Wir sind jetzt gerade bei unserem neuen Hotel angekommen und es ist mal wieder richtig nice. Hinter uns ist gleich der Strand, wir haben quasi nur kurz zum rüber gehen und dann haben wir hier ein richtig geiles, eigentlich fast schon Apartment. Wir haben hier eigentlich, hier Licht, haben hier komplett alles für uns mit Küche und allem, haben ein schönes Zimmer mit zwei Betten, damit wir uns nicht so... unbequem einsquetschen müssen und haben eigentlich alles hier für uns alleine. Das ist richtig geil. Schauen wir mal, ob wir morgen einen schönen Sonnenaufgang sehen werden. Wir werden es auf jeden Fall mal versuchen aufzustehen und dann können wir euch den vielleicht auch zeigen. Bis dann! See ya! Das war's! 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 Purchai from scratch! Dumm. Oh! 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 Jesus! You! His glory! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.